Hallihallo und herzlich willkommen hier zu diesem kleinen News-Video zur Semmering-Bahn. Die Semmering-Bahn wird am 18. April 2024, also in etwas mehr als, oder in ziemlich genau 14 Tagen, releasen. Und zwar für den PC, für die Konsolen Xbox, Playstation, natürlich alles mit dabei. Und es gibt einen Pre-Order bei Steam ab 18. BST ab dem 11. April mit einem 10% Vorbestellerabatt. Ich glaube, 18. BST müsste 19. oder 20. deutscher Zeit sein. Und ja, die Strecke Semmering-Bahn wird kommen mit der Baureihe oder der Reihe 11.16, der ÖBB-Reihe 11.16, der Taurus-Lok und den österreichischen Personenwagen, die im Fernverkehr benutzt werden. Und ja, wir gucken uns mal den Artikel an, was hier so erzählt wird über die Strecke und die Lok. Die Story so far wird hier so ein bisschen erzählt. Wir haben schon mal uns dieses Video angeguckt, wo hier schon mal so ein bisschen in die Lok oder durch die Lok schon mal gegangen wurde. Das Ganze war sehr stark noch work in progress damals. Das war ein Video von Februar. Das heißt also, ja, über einen Monat schon her. Ja, das gucken wir uns nicht nochmal in Gänze an. Das könnt ihr euch, wie gesagt, auf YouTube nochmal angucken. Das haben wir jetzt auch schon mal zusammen angeguckt. Ja, und als neue Lok wird die ÖBB-Reihe 11.16 mit dabei sein. Hier sehen wir 11.16, 2.74 mit den Personenwagen hinten dran. Und ich finde, die Lok sieht klasse aus. Ein bisschen mehr Verwitterung könnte der auch ganz gut stehen, würde ich behaupten. Aber ansonsten wirklich absolut eine klasse Lok, auf die ich mich persönlich schon sehr freue. Hier noch ein paar Infos zur Taurus-Lok. Gehört zur, oder wird intern bei Siemens bezeichnet, das ES-64U2. Gehört also der Euro-Sprinter-Gruppe an. Ist unterwegs in Zentraleuropa, in Deutschland, in Österreich, in Ungarn, in Polen und in Italien. Hier mal ein Bild, ein Screenshot aus dem Führerstand. Sieht auch wirklich wahnsinnig schön aus. Hier endlich mal dann eben der Taurus mit den MFDs und nicht den MFAs, die wir halt eben bisher hatten. Generell, die Displays sehen auch ein bisschen überarbeiteter aus. Wir haben hier vorne am Rand noch so ein paar neue Icons hier an der Seite. Das sieht auch nochmal ein bisschen überarbeiteter aus. Links haben wir das GSM-R. Und ja, der Führerstand generell auch nochmal ein bisschen überarbeitet. Sieht wirklich schon mal sehr, sehr toll aus. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ja. Und hier auch nochmal mitten auf der Strecke. Auch die Gestaltung am Fahrbahnrand sieht sehr gut aus an dieser Stelle. Hier diese Gewichte, die runterhängen vom Mast. Die Berge im Hintergrund, das sieht fein aus. Die Baumgrenze, darüber noch ein bisschen Schnee, den man sehen kann. Ja, hier auch die Vegetation am Rand. Das sieht alles schon bisher ziemlich, ziemlich gut aus. Mit dabei sind übrigens dann eben die BMZ-Wagen, die wir hier sehen. Die österreichischen zweite Klasse. Nicht Großraumwagen, sondern... Na, wie heißt das denn noch gleich? Ähm, nicht Großraum, sondern... Na, ihr wisst schon, hier Abteile. Abteilwagen. Abteilwagen heißt das natürlich. Ähm, mit dabei dann eben auch die Habins-Wagen, die SGG-MR-SS-Wagen und die Schimms-Wagen. Ebenfalls im Güterverkehr da mit dabei. Ähm, ja, das sind eben diese zweite Klasse-Wagen. Der ÖBB, ganz markant eben in der entsprechenden Lackierung. Ähm, das ist keine Eins-zu-Eins. Das ist nicht einfach nur ein Repaint von den Intercity-Wagen, die wir haben, sondern wie hier steht, ähm, wurde auch hier The Underframe, also dieser Bereich hier unten am Wagenkasten, der wurde wohl entsprechend auch angepasst. Ähm, das Interieur natürlich dann auch. Ähm, und die, ähm, die Taillights, die Lichter, die eben hinten dran sind, die wurden auch entsprechend angepasst. Das werden wir uns natürlich dann en Detail angucken, wenn wir, ähm, uns die Strecke angucken. Wir schauen auch nochmal hier nochmal ein bisschen genauer hin. Ähm, wir haben nämlich hier auch tatsächlich, ja, hier die, ähm, Zugziele noch mit an der Seite. Nur zu Schlag Wiener Neustadt. Ähm, ich hoffe auch sehr, dass dann beim Release tatsächlich auch die Ziele mit dran stehen, die außerhalb der Strecke sind, also wo die Züge eigentlich hinfahren, da hoffe ich noch sehr drauf. Ansonsten, ne, das Interieur der Wagen, ja, so wie man es halt eben kennt, saß ich auch schon mal drin, sieht auf jeden Fall schon mal von außen absolut passend aus. Hier auch mit dem Branding der ÖBB, ne, und hier AÖBB mit den entsprechenden Bezeichnungen. Ja, und da hinten auf dem Viadukt, auch ein ganz berühmtes Viadukt auf der Strecke, ähm, auch noch die 4024 zu sehen. Ja, gehen wir mal weiter. Dann die, ähm, der Taurus wird auch noch im Güterverkehr unterwegs sein, teilweise sogar in Doppeltraktion im Güterverkehr. Ähm, ne, also der Taurus wird halt im Grunde genommen die gesamte, äh, den gesamten Fahrplan hier ausführen. Aber das ist ja auch sehr österreichtypisch, auch wenn natürlich sowas wie so ein Alpenstaubsauger oder so natürlich auch sehr, sehr gut passen würde. Aber wer weiß, ähm, was nicht ist, kann auch werden, kann ja noch werden. Den Alpenstaubsauger gibt's auch im Train Simulator und wurde, glaube ich, von Skyhook Games damals entwickelt. Also, sofern sich Skyhook doch nochmal an, ähm, nicht englischen und amerikanischen Content daran wagte nach ihrem 187-Desaster, kann's sein, dass vielleicht ja nochmal von Skyhook sogar ein Alpenstaubsauger kommt. Ich würd's auf jeden Fall cool finden, sofern die Umsetzung, ähm, ja, sagen wir mal, realistischer ist als die 187. Naja, schauen wir mal. Genau, also die Habinswagen sind mit dabei, die SGM-RSS-Wagen und die Schimmswagen sind ebenfalls mit dabei. Und ÖBW 4024 wird auch mitgeliefert. Wer also die Vorarlbergbahn oder Salzburg-Rosenheim nicht besitzt, der wird die 4024 spätestens mit dieser Strecke dann dazu bekommen. Ja, genau, ähm, die 4024 fährt dann die Regionalzugdienste zwischen Wiener Neustadt und Peierbach-Reichenau. Hier sehen wir auch die Station in Peierbach-Reichenau, wo dann der Zug hier dann dreht und dann wieder hier stets Richtung Wien-Floresdorf fährt, während hier gleichzeitig eine Doppeltraktion an ÖBB-Taurus-Loks vorbeifährt, ein Taurus-bespannter Zug vorbeirollt. Das nochmal die gesamte Strecke. Hier Mürzoschlag-Semmering, der Ort, der namensgebend ist für die Strecke. Dann geht das Ganze hier serpentin-mäßig, schlängelt sich da hier hoch bis nach Peierbach-Reichenau. Das ist der Screenshot, den wir gerade gesehen haben. Und die Strecke im Train-Simulator endete damals dann hier in Glocknitz. Und wir haben jetzt aber im TSW tatsächlich noch diesen ganzen Bereich bis nach Wiener Neustadt, der komplett neu ist. Was natürlich sehr, sehr cool ist, dass es nicht einfach nur dann im Grunde genommen 1 zu 1 die gleiche Strecke ist wie im Train-Simulator, sondern ein deutlich größerer Teil der Strecke, der hier mit abgebildet ist. Neuen Kirchen in Niederösterreich. Nur das NÖ steht für Niederösterreich. Das liegt darin, dass es, glaube ich, in Österreich mehrere Neuen Kirchens gibt. Deshalb da dann auch die Markierung dann mit NÖ. Ja, genau. Und dann das Ganze bis nach Wiener Neustadt, was nicht Wien-Hauptbahnhof ist. Wiener Neustadt, Wiener Hauptbahnhof. Es sind ordentlich noch ein paar Kilometer dazwischen. Habe ich, glaube ich, beim letzten Video, als wir über die Semmeringbahn gesprochen haben, falsch gesagt. Jetzt weiß ich es mittlerweile, Wiener Neustadt ist nicht Wien. Also, ja. Auch hier, wenn wir uns hier nochmal die Gestaltung am Rand angucken. Hier haben die Ufergestaltung viel Vegetation, sehr dicht bewachsen. Das Viadukt sieht fein aus. Die Wassertexturen sehen gut aus. Auch im Hintergrund alles wirklich, ja, soweit eigentlich sehr annehmbar gestaltet. Österreichische Signalisierung ist natürlich wieder mit dabei. Österreichische Infrastruktur, Eisenbahninfrastruktur natürlich überall zu sehen. Ja, sieht bisher ziemlich gut aus. Genau, die Strecke ist im Grunde genommen zweigeteilt. Dieser Teil ist eben der langsamere Teil, der wirklich, ja, die Bergstrecke. Und dann haben wir hier diesen eher Hochgeschwindigkeitsteil mit, ich glaube, bis zu 160 Km, die man hier fahren kann, zwischen Glocknitz und Wiener Neustadt. Ich glaube, auf diesem Teil zwischen Neunkirchen und Wiener Neustadt können wir sogar 140 oder 160 fahren. Genau. So, hier nochmal ein Taurus im Dunkeln. Sieht wirklich sehr schön aus. Auch die Beleuchtung herrlich. Und jetzt geht es noch ein bisschen um die Services, die Layers und das Gameplay. Also was kann man generell auf der Strecke sehen und erleben? Die F1116 mit den ÖBB Intercity-Wagen wird in verschiedensten Formen zum Einsatz kommen. Und zwar werden unter anderem Nightjet-Services damit gefahren, Railjets, Intercities, Eurocities und D-Züge, die allesamt eben von der F1116 befahren werden. Dann haben wir hier natürlich, hier mit dem Screenshot aus Mürtzuschlag, haben wir auch Güterverkehr. Auch da eben die F1116, die dort ganz prominent am Start ist. Wir können aber auch den Railpool-Vectron auch fahren. Also wer den Vectron besitzt, der kann auch den einsetzen auf der Strecke. An Layers gibt es folgendes. Die Laers-Wagen, also die Autotransportwagen von der S-Bahn Vorarlberg. Die ZACNS-Wagen, also die Tankwagen aus Dresden-Riesa. Die Rungenwagen von der Maital-Bahn. Die Kohlewagen, die FLNS-Wagen von dem Baureihe 155 DLC für Rosig Nord. Die E-Anus-Wagen von Vectron und die Staubgutwagen, die mit der 363 dazu kamen für Rosig Nord. Also für dieses LOG-DLC 363. Ja. Hier nochmal der Railpool-Vectron auch in Doppeltraktion hier unterwegs. Ich denke mal mit der falschen Stromabnehmer-Einstellung eigentlich. Ja, wobei ist das wirklich die falsche Einstellung, weil man kann ja nicht einfach so den vorderen Stromabnehmer wechseln, weil ja die Stromabnehmer angepasst sind auf die entsprechenden Länder. Das heißt also, der hintere Stromabnehmer ist in diesem Fall der einzige, der hochgehoben werden darf. Dann sind es doch die richtigen Stromabnehmer. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Und die ÖBB 4024 wird auf der CJ9-Linie unterwegs sein. Ich weiß gar nicht, wofür CJ steht. Also das X wird sicherlich für Express stehen, aber CJ weiß ich gar nicht. Und zusätzlich auch noch den Regionalzug 91. Die Linie wird dann auch noch befahren mit Halten an allen Stationen. Auch noch ein paar Depot-Moves. Also dass wir aus dem Depot rausfahren können oder reinfahren. Das gibt es dann natürlich auch noch. Und dann gibt es Spielbar auch noch jetzt was ganz Interessantes. Nämlich einerseits die 103 mit den Intercity-Wagen. Zwischen Februar und April taucht diese Fahrt im Fahrplan auf. Dann haben wir die British Rail Class 47 mit den Intercity-Wagen von der linken Rheinstrecke. Zwischen Juni und Juli spielbar. Und den Railpool Vectron mit den Intercity-Wagen von der linken Rheinstrecke. Zwischen August und September spielbar. Was hat das mit dieser Class 47 eigentlich auf sich? Tatsächlich ist das, und das könnt ihr googlen, kommt das in Realität vor. Es gibt nämlich eine Class 47, nämlich die 47-375. Die verkauft wurde oder exportiert wurde nach Ungarn. Und da ist sie dann tatsächlich einmal im Jahr für mehrere Tage tatsächlich quer über den Kontinent unterwegs. Und ist da mit Sonderzug-Wagen bespannt. Und das sieht wirklich ganz faszinierend aus, diese Wagen, die da hinten dran sind. Das sind doch, glaube ich, ja, eigentlich andere Wagen in Realität, aber die haben wir gar nicht. Und die linken Rheinstrecke-Wagen passen dann, glaube ich, noch am ehesten. Dafür braucht ihr Blackpool Branches von Just Trains. Die Strecke, die ich sowieso jedem empfehlen würde, ist wirklich eine ganz tolle Strecke. Und da können wir dann mit der Class 47 tatsächlich einmal unterwegs sein. Ja, dann die Leute, die die Bahnstrecke Salzburg-Rosenheim besitzen, werden ebenfalls auf der Strecke mit der ÖBB 1116 noch EuroCities fahren können. Das heißt also, die kommen zusätzlich zum Fahrplan hinzu. Und die Wagen, die Personenwagen werden auch noch am Salzburger Hauptbahnhof auch noch da als KI rumstehen und die Gleise da noch schön befüllen. Da frage ich mich, also Salzburg-Rosenheim wird ja jetzt praktisch diesen Layer mit dazu bekommen. Und ja, vermutlich die Intercity, beziehungsweise den Intercity-Steuerwagen ja noch in irgendeiner Art und Weise. Also Salzburg-Rosenheim wird sich noch zu einer wahnsinnig guten Strecke entwickeln. Das sage ich euch jetzt schon mal an dieser Stelle, dass da wirklich der Fahrplan unfassbar gut noch sich entwickeln wird zu dem, was noch jetzt da ist. Dann die 1116 wird auch noch auf der S-Bahn-Vorberg spielbar sein. Und zwar im Güterverkehr können wir einfach statt der anderen Güterzug-Locks auch die 1116 benutzen. Preis 35,99 Euro. Diejenigen, die auf Steam spielen, können das Ganze vorbestellen mit einem Vorbestellerrabatt von 10 Prozent. Dann spart ihr euch also 3,60 Euro ungefähr, was ungefähr dem Preis eines Kaffees vielleicht entspricht. Und ja, genau, also soviel dazu, soviel zur S-Bahn-Vorberg, nein, nicht zur S-Bahn-Vorberg, soviel zur Sembering-Bahn. Eine kleine persönliche Sache, die Strecke wird am 18. releasen. Ich bin in der Zeit im Urlaub und ich glaube nicht, dass die Zeit ausreicht, vorher noch was aufnehmen zu können. Das heißt also, von mir wird es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keine Videos geben in der Woche zur Sembering-Bahn, sondern erst in der darauf folgenden Woche. Das bitte ich zu entschuldigen, aber ja, Urlaub ist halt Urlaub und auf den freue ich mich auch. Und vielleicht gibt es hier einige Videos aus dem Urlaub, weil ich da auch mit dem Zug unterwegs sein werde. Wo genau und so, das verrate ich mal an dieser Stelle noch nicht. Aber ich gucke mal, dass ich euch wenigstens aus dem Urlaub dann noch ein paar Videos mitbringen kann von Zügen aus anderen Ländern. Ja, soviel dazu. Gerne mal die Kommentare reinschreiben, was ihr so von der Strecke haltet, ob ihr euch freut, wie sehr ihr gespannt seid. Und sonstige Gedanken zu der Strecke und zu Lok. Gut, dann alles Gute, alles Liebe, macht's gut. Ciao, ciao.